Yo, YouTube, was geht ab? Abonniere wieder bestanden, wenn du kommst zu euch, Leute, ein Craft-Me-Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Wir haben hier hier das letzte Mal ein bisschen eingerichtet gehabt. Aber, Leute, da machen wir jetzt bald weiter. Natürlich, was ich heute weitermachen muss, ist die Villager machen, meine Freunde, ja. Übrigens, am Wochenende gibt's wahrscheinlich einen Livestream, das heißt, den nächsten Tag, oder wenn das Video jetzt schon da ist, äh, dann jetzt schon, an dem heutigen Tag. Ich weiß nicht, wann das live kommt, das Video. Ähm, oder es gab einen Livestream noch, oder? Leute, ich bin echt, ich bin so viel am Video aufnehmen, das wisst ihr gar nicht, Leute. Ich hab schon gar kein Zeitgefühl mehr. Tut mir leid, tut mir leid, meine Freunde. Aber, was wir auf jeden Fall heute machen müssen, ist die Villager ein bisschen voranbringen, ja. Ähm, da darf kein Weg dran vorbeigehen. Wir müssen die Villager ein bisschen nach vorne kriegen, weil die guten Dinger müssen uns halt alle Bücher geben. Es geht ja langsam dann, jetzt geht's langsam los, dass wir wirklich alle Verzauberungen brauchen. Wir haben unsere XP-Farm, die haben wir am Wochenende dann, in dem, entweder der Stream war schon, oder kommt noch, äh, werden wir die XP-Farm weiter ausbauen. Ich werde mir dann wahrscheinlich auch eine kleine automatische Cubblestone-Generator mal kurz machen. So, wir haben uns ein bisschen Karotten mitgeholt. Wir haben noch ein bisschen Weizen übrig, was auch ganz gut ist. Ähm, das brauchen wir halt, um unsere Villager zu machen, meine Freunde, ja. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal dann jetzt bald, äh, anfangen, eine automatische Food-Farm, so für Karotten zu machen, damit ich die Villager mit immer feeden kann. Oder generell, dass wir ein bisschen Karotten oder Kartoffeln haben, Leute. Die werde ich dann immer wieder reinhauen. Und, ja, wir gehen mal kurz rein. So, wir gehen hier kurz rein. Zack, 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 Leute. Wir gehen hier rein. Und jetzt die guten Freunde hier einmal bitte. So, ihr frisst das jetzt hier. Ich mache währenddessen das hier. Und dann fresset ihr das hier. So, da habt ihr noch ein bisschen Brot übrig. Nehmt das. Jetzt macht, macht, habt euch lieb. Habt euch ein bisschen lieb, meine Freunde. Das ist vollkommen okay. Wir haben Glas hier und Knie. Sehr gut, Leute. Wir haben noch hier unsere ganzen Sachen. Wir haben Köder, Köder, Treue, Stärke, 5, Flamme. Ich will mir vielleicht einen OP-Bogen heute machen, wenn ich das hinkriege. Ich muss mal gucken, was haben wir denn alles? Was haben wir denn alles? Wir haben vier Emeralds hier dabei. Okay, da haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. So, die haben eine Mannschaufel. Oh, ja, ja, die macht aber auch nicht mehr lange mit. So, wir gehen mal ein bisschen weiter hier durch. Ja, hampt mich nicht die ganze Zeit voll hier. Ich muss ja schon Sound leiser machen. Behutsamkeit haben wir, glaube ich, aber schon, ne? Ja, Unendlichkeit. Oh, eigentlich auch nicht schlecht, meine Freunde. Sag ich euch so, wie es ist? Unendlichkeit wirklich sehr gut eigentlich. Machen wir mal ganz kurz hier den Hasen. Dann holen wir die ganz kurz mit, weil ich mache mir auch ein paar Sticks. So, holen wir uns schon mal zwei Emeralds ab. Oh, vier Emeralds. Sehr gut. Jetzt holen wir hier den Glas. Feini. Ich glaube, der muss noch... Oh, der muss noch gelevelt werden. Okay. Der muss noch gelevelt werden. Das machen wir mal anders. Jetzt haben wir 14 Emeralds hier. Der hat Stärke 5. Der hat Unendlichkeit, Leute. Okay, jetzt haben wir auch Unendlichkeit. Wir haben Stärke 5. Wir haben Flamme. Treue 3 brauchen wir nicht. Effizienz 5 haben wir, glaube ich, auch schon. Behutsamkeit für 9 Emeralds. Und Behutsamkeit für 17. Okay, Leute. Der Gute hier braucht jetzt eine Verzauberung. Am besten Schutz 4. Ja. So. Behutsamkeit wollen wir nicht. Oh, nee. Den habe ich ja schon gemacht, ne? Oh, das ist der, den ich schon gemacht habe. Oh. So. Du, mein Freund, hast aber auch hier Behutsamkeit. Die wir nicht brauchen. So. Du gibst uns das was, Leute. Wir tauschen die ganze Zeit jetzt mit dem hier was aus. Eisläufer 1 brauchen wir nicht. Oh. So. Behutsamkeit brauchen wir nicht. Schwungkraft 2 brauchen wir auch nicht. Leute, das ist immer so ein Kampf mit denen, ja? Plünderung 2 brauchen wir auch nicht, Minion. Checkst du das nicht? Checkst du das nicht? Ich brauche was von dir hier. Teuerschutz 4. Eigentlich lecker, aber wir haben gerade andere Verzauberungen, die wichtiger sind. Wie zum Beispiel Schutz 4 oder Wasserläufer 2 brauchen wir auch nicht. Oder wirklich, Schutz 4 wäre ja so nice. Dann würde ich mich so zufrieden geben. Atmung 2. Ey, kann doch nicht wahr sein. Wir müssen uns aber auch Schilder ready machen, damit man weiß, wer wer ist. Wasseraffinität. Leute, ich glaube, wir machen uns mal ganz kurz Schilder hier ready. Ey, Leute, ich habe leider kein Dings mehr hier. Warte, ich muss ganz... Oh, haben wir noch Holz hier? Ich muss mal abchecken, ob wir Holz hier haben, meine Freunde. Wir haben hier wirklich so... Ich habe so ein unaufgeräumtes Lager hier leider. Ähm, nee, da habe ich auch kein Holz. Da habe ich auch kein Holz. Da auch nicht. Da leider auch nicht. Wir müssen uns echt Holzfarm gehen, ne? Da fehlt kein Weg dran vorbei. Und ihr macht mal Kinder ein bisschen mehr hier. Kann doch nicht wahr sein hier. Ich brauche mehr... Ich brauche mehr Villager, die für mich hier Verzauberungen machen. Was ist denn das? Die machen ja auch nur das, was die wollen. Wir bauen hier nur kurz den Rand ab, Leute. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir werden hier einmal da 10 Stück machen. Dann hier. Dann haben wir 30 Stück, Leute. Das dürfte reichen. So, der gute Mann hat Schärfe 5. Sehr gut. Was hast du, mein Bester? Köder 3. Köder 3. Was hast du, mein Bester? Reparatur. Wir machen mal Mending hin, Leute. Wir wissen ja, was Mending ist. Mending. Sehr gut, haben wir. Dann haben wir hier Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Sehr gut. Was hast du, mein Bester? Flamme. Oh, immer ganz wichtig und richtig. Oh. Was war jetzt aus Versehen hier wieder? Ey, das kann auch wieder nur mir passieren, Alter. Also, du hast Glück 3. Glück 3. Was hast du? Stärke 5. 5. Ähm, du hast Unendlichkeit. Unendlichkeit. Nehmen wir mit. Du hast Treue 3. Brauchen wir nicht. Effizienz 5. Efi 5. Machen wir mal kurz Abkürzung. Du hast noch gar nichts. Du hast Behutsamkeit. Behutsamkeit. Nehmen wir mit. Ja, hier sind Emeralds. Glastausch, Glastausch, Glastausch. Gut, meine Freunde. So. Wir brauchen auf jeden Fall, wir haben Unendlichkeit. Wir brauchen noch Schlag 2. Schlag 2 wäre echt gut. Ne, Efi 5. Da. Du musst noch was gemacht werden. Bei dir muss noch was gemacht werden, ne? Okay, Leute. Dem hier müssen wir was machen noch. Ne, der hat auch nichts. Leute, wir werden jetzt so... Ich werde jetzt so lange hier dran arbeiten, muss ich irgendwas haben, was ich brauche. Wand 2, brauche auch keiner. Mehrfachschuss, brauche auch keiner. Ich mache mir hier keine Armbrust. Ich will mir einen schönen OP-Bogen machen. Oh, Dornen 3. Wichtig. Ah, Leute. Dornen 3. Brauchen wir auch für unsere Rüstung. Ganz wichtig. So. Du, Wasseraffinität. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht, mein Bester. Das brauchst du ja auch nicht, du Himmel, ne? Damit das schon mal klar ist. So, Leute. Und das ist der Alltag, wenn man eine Villager-Farm machen will, ne? Also einfach ist das auf jeden Fall nicht, meine Freunde. Aber wir müssen uns halt trotzdem dranhalten. Ranhalten. Dranhalten. Wie man auch mal das sieht. Äh, weil... Wir brauchen die Verzauberung. Und mal kann das schnell gehen. Mal kann das echt lange dauern, meine Freunde. Mal haben wir schon mein Bester. Aber nett, dass du mich da fragst. Schutz 2. Nee, da doppelt ihr davon bitte einmal. Und jetzt Schutz 4. Bann 3. Ja, fast. Wir sind schon mal eins höher gegangen. Behutsamkeit für 15. Nee, nee. So, was hast du jetzt bekommen? Gar nichts mal wieder. Ey, kann doch nicht wahr sein, dass die hier nichts bekommen, oder? Ist das nur bei mir so? Oder wollen die mich hier... Wollen die mich hier veräppeln? Schwungkraft 2. Will ich auch nicht haben. Gib mir doch einfach Schutz 4. Dann kann ich schon mal eine Standardrüstung machen. Feuerschutz 4. Aber wobei ich sagen muss, heute hier mit Schutz 8 tue ich mich eigentlich auch ganz gut. Hm. Hm. Komm. Komm. Leute. Kann doch nicht wahr sein. Zumindest muss ich aber für eine neue Waffe machen, meine Freunde. Das muss auch noch sein. Die ist zwar ganz nett. Ich habe 5 Reperto, Verbrenner 1, Halbbarkeit 3. Aber ich muss mir so eine OP-Waffe machen. Stärfe 2. Brauche auch keine. Leute, guckt mal. Jetzt wirklich jede Verzauberung ist hier möglich. Plünderung 3. Ist für ein Schwert gar nicht mal schlecht, ne? Haben wir bisher noch nicht. Werden wir mal kurz dran setzen, Leute. Und damit haben wir jetzt die Villager-Farm wieder ein bisschen... Oh, Leute. Ich habe aus Versehen Pause gedrückt. Aber wir haben jetzt hier bei dem Plünderung 3 bekommen. Und das ist auch ziemlich wichtig, meine Freunde. Plünderung 3. Auf jeden Fall mit oben dabei. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich hier noch irgendwo Eisen rumliegen? Ja, hier habe ich noch Eisen rumliegen. Und glaube ich noch Sticks. Perfekt. Leute, ich muss nämlich jetzt wieder ein bisschen Sand fahren gehen, damit ich raus Glas machen kann. Haben wir hier noch... Ja, Sand haben wir noch da. Oh, hier haben wir noch 18 Stück. Nehmen wir mal kurz mit. Ist alles okay. Ist alles okay, ne? Da können wir kurz was rumtausern. Weil ich mir auf jeden Fall jetzt ein paar Emeralds holen muss. Ich muss mir leider ein paar Emeralds rausholen, meine Freunde. Damit wir da jetzt gleich gut was machen können. Kohle muss ich auch mitholen. Und, ähm... Aber das war's gewesen mit der Folge. Ich werde jetzt ein bisschen Emeralds fahren. Und wir auch demnächst wirklich da gut was mit den Villager machen können. Weil ich muss die ja auch abspeichern. Ergo, das heißt, wir müssen einmal getradet haben. Dann bleiben die Verzauberungen da, die ich gerade geholt habe, Leute. Aber das war's gewesen. So gebe ich meinen Villager eine ganze Zeit Verzauberungsbücher. Ihr müsst das immer wieder abbauen, drambauen. Und sobald die Verzauberungen habt, die ihr habt, müsst ihr einmal das Buch kaufen, damit der Villager das speichert. Ansonsten speichert er das nicht. Und dann ist das Buch irgendwann weg. Und da kann wieder Müll sein oder ein anderes Buch. Deswegen, Leute, den Fehler nicht machen. Ja, um mehr zu lernen über Minecraft. Lasst gerne ein Abo da. Liked das Video, damit das mehr Leute sehen können. Ich würde sagen, Amir ist out, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.